Weiter geht es auf Platz 9. Röhrenbildschirme, Faxgeräte und Tastentelefone standen in den 90ern für Hightech. Heute steht dafür der Ort, an dem wir jetzt sind. CERN, das ist doch diese... Ja, da machen die so Forschungen an Antimaterie und so. Ja, in der Schweiz. Genau, CERN, die Abkürzung der Europäischen Organisation für Kernforschung, dem Arbeitsplatz von Paola Catapano. Und hier geht's ziemlich international zu. In diesem Forschungszentrum arbeiten Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Daher kommt von hier auch eine revolutionäre Erfindung. Das könnte mit CERN zusammenhängen. Die haben irgendwas Größeres, auch von Mikrowelle, Infrarotsauna. Leider falsch. Es ist noch viel revolutionärer. Hier wird mit modernsten Mitteln geforscht. Ihr rechnet doch nicht mit dem Ding. Aberkus, ne? Genau, die mechanische Rechenhilfe, mit der alles viel leichter geht. Ich hab den Aberkus aber nicht. Aberkus, oder? So war's aber nicht gemeint. Hier helfen weder Schlabber noch Schieber. Noch ein Tipp. Die Wissenschaftler am CERN haben extreme Anforderungen an die Rechenleistung. Kein Wunder, dass das, wonach wir suchen, hier erfunden wurde. Also man braucht große Computerressourcen, um das zu entwickeln. Und deswegen wurde es da erfunden. Der Taschenrechner. Ach, den gibt's auch schon länger. Den Casio. Ach, Quatsch. Alles falsch. Eine Nummer größer, bitte. Beim CERN geht es um Errungenschaften wie den weltgrößten Teilchenbeschleuniger. Noch ein Tipp. Unseren Alltag hat allerdings anderes nachhaltig beschleunigt und so vernetzt. Es geht um Elementarteilchen, das Teil vom Teil sozusagen. Check ich überhaupt nicht so. Bluetooth und sowas. Das kam später, aber die Lösung ist uns schon fast ins Netz gegangen. WWW, World Wide Web. Damit haben die Professoren, damit sie einen kürzeren Kommunikationsweg haben und nicht so viel Papierkram durch die Gegend schleppen müssen mit irgendwelchen Koffern und so, haben die einfach ein neues Kommunikationswerk erfunden. Eigentlich für sich, untereinander. Und, stimmt's? Hier wurde das World Wide Web erfunden. Mega. Dort und nicht in den USA? WWW, World Wide Web. Die Schweiz haben es erfunden? Krass. Genauer gesagt, es wurde in der Schweiz erfunden. Von dem britischen Forscher Tim Berners-Lee. Da wird auch immer gesagt, das ist der Vater des Internets. Der sieht recht freundlich aus. Ja, oder? Ein bisschen überarbeitet. Ist ja auch nicht so einfach. Ach, das World Wide Web ist nämlich nicht ein anderes Wort für Internet. Es ist ein Dienst, mit dem man Websites aus der ganzen Welt abrufen kann. Bekannt ist das nur den wenigsten. Aber, wie Sie sich vorstellen können, ist dies nicht das einzige Geheimnis. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Es geht um eine bahnbrechende Premiere. Krass. Aber welche Premiere ist damit wohl gemeint? Keine Ahnung. Der erste Facebook-Post. Die erste E-Mail, die jemals geschrieben wurde. Erstmal eine Pizza übers Internet bestellt. Erste Schuhbestellung jemals getätigt worden im Internet. Nicht ganz. Aber die Lösung hat tatsächlich etwas mit dem Online-Verhalten von CERN-Mitarbeitenden zu tun. Die weltweit erste Webseite drehte sich um die Arbeit des CERN. Unser Geheimnis ging aber über professionelle Inhalte im noch jungen Internet hinaus. Hä? Keine Ahnung. Das ist aber eine harte Nuss. Finden wir auch. Um das Geheimnis zu verstehen, muss man sich erst mal ein Bild davon machen. Es geht um Fotos, um Bilder. Das erste Bild verschickt? Bild ist korrekt. Aber es geht um ein ganz bestimmtes Bild. Normalerweise haben Fotos, die am CERN veröffentlicht werden, mit Physik, Diagrammen und Zahlen zu tun. Aber damals hat etwas völlig Außergewöhnliches seinen Weg ins Internet gefunden. Keine Ahnung. Ein Stück Brot, ein Käsebrot, eine Wurst. Ich weiß es nicht. Leider falsch. Wir sagen, spitzt die Ohren. Wow, was für ein geiles Musikvideo du drehen kannst. Stimmt, die gab es damals aber noch nicht im Netz. Geworben wurde noch mit einfacheren Mitteln. Ideen? Boah, keine Ahnung. Jetzt hilf mir doch mal. Na gut, wir machen euch ein genaueres Bild und lösen auf. Das ist das erste CD-Cover der Leserible Cernet, einer Frauenband des CERN Musikclubs. Das Bild wurde am 17. Juli 1992 im Internet veröffentlicht und ist das erste Social-Foto, das jemals im Internet gepostet wurde. Wow, da kriege ich Gänsehaut, das finde ich krass. Die Anfänge von Instagram, YouTube und alles. Ah, also der beginnt praktisch von Social Media. So eine Nerd-Frauenband. So das beste erste Social-Picture, das gepostet werden konnte. Gefällt mir. Finde ich gut. Wir auch, aber wieso gelangten die schrecklichen Cernetten, wie die Cern-Band auf Deutsch heißt, ausgerechnet mit ihrem Foto als erste ins World Wide Web? Ein Kollege hat das Foto auf einem Bildschirm gesehen und gesagt, ah, das ist es, wonach wir suchen. Wir brauchen ein Foto, um die neue Webseite des Cern-Clubs zu illustrieren. Und so ist dieses Foto im Internet gelandet. Echt cool. Das finde ich krass. Sehr lustig. Das finde ich ja super. Und wer genau war diese Band? Es gab vier Frauen, die Lieder sangen, in denen es um das Cern ging. Die Texte waren davon inspiriert. Ihr erstes Lied war You Only Love Your Collider. Zu Deutsch, du liebst nur deinen Teilchenbeschleuniger. Die sind natürlich ein bisschen verrückt geworden, auch wenn die da unter der Erde die ganze Zeit nur Teilchenbeschleuniger sind. Ja klar, das ist, als würdest du drei Jahre im Weltall wohnen. Ja, das waren die Tech Girls, die haben einfach so einen Musikclub da gehabt in der Science Lab. Wie krank ist das bitte, dass in so einem Institut, dass sie da eine eigene Band haben? Das ist eine sehr süße Geschichte, finde ich. Gibt's die Band noch? Leider nein. Aber hättet ihr gedacht, dass das Cover einer Band bestehend aus Wissenschaftlerinnen das erste nicht-technische Foto im Netz war? Uns hat das so begeistert, dass wir dem Bild nicht nur den Daumen hoch, sondern auch Platz 9 bei den größten Geheimnissen der 90er geben.